Die Entscheidung ist natürlich für mich sehr, sehr einfach. Ich habe sofort gesagt, ich fühle mich immer noch sehr gut. Meine Familie fühlt sich auch sehr wohl in Frankfurt. Meine Tochter hat mich sehr gefreut. Hier ist unsere zweite Heimat. Ich bin natürlich erfahrener Spieler und deswegen muss ich natürlich junge Spieler wieder unterstützen und noch Neuzugänge oder auch junge Spieler zu helfen. Das ist natürlich auch meine Aufgabe. Und wenn ich auf dem Platz stehe, dann mein Bestes geben. Und ich will noch mehr als Fußballer entwickeln. Ja, das ist mein Ziel. Der älteste Bundesligaspieler ist 43,5 Jahre gewesen. Vielleicht so ein kleiner Anreiz für dich, den Rekord zu breiten. Noch fünf Jahre. Ich glaube, alles ist möglich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.